Hallo zu nächsten Season, Season 3, Let's Play Camping Manager 2012. Ich hab mir wieder so gemacht, ich will es heute wirklich perfekt haben. Also es soll wirklich schön aussehen und dass wir nicht so viel auf einmal wollen, dass wir lieber alle auf einmal gleich fröhlich bekommen. Ich hab mir gedacht, wir nehmen Grasland 2, ich weiß nicht wieso, aber ich hab es mir so gedacht. Ja, mal gucken, was daraus wird, wenn ich sage, es soll schön werden. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall werde ich viel Platz in Anspruch nehmen für die einzelnen Zellplätze, sodass es doch wirklich richtig gut aussieht alles. Ja, müssen wir mal gucken, was so los ist. Oh mein Gott. Ja, das sieht ja mal ein bisschen aus. So, was machen wir als erstes? Ich muss mich erstmal wieder mit dem Spiel ein bisschen anfreunden. Ach ja, genau. Hacken und Fackeln, das war ja unser Lieblingszeug und so. Wir bauen einen kleinen Weg bis vielleicht zu einem kleinen Platz, wo ein Brunnen in der Mitte steht. Würde ich vielleicht mal so denken. Und drumherum stehen Bäume. Äh, Bäume. Nee, das sieht hässlich aus. Äh, ja. Nee. Ich hab so einen Zierbaum, ja. So. So und so. Dann können wir noch ein paar Bänke so bauen. Hier zwei, hier zwei. Hier auch zwei. Und hier auch zwei. In der Mitte, hab ich gesagt, einen kleinen Brunnen. Setzen wir vielleicht so hier so. Und, was gibt's denn noch hier so? Nein, kein Blumen, doch Blumenbeet. Können wir hier so ran machen. Lecker Blumenbeete. Das schmeckt ja. Nee, ich hab mir jetzt vielleicht gedacht, oh Kacke. Das war ein Fail. Mann. Nein, ich drücke immer auf Blumenbeet. Ach. Vielleicht so ein bisschen Grünzeug. Es kann ja nicht so, ey. Grünzeug kann ja nicht so schaden, ne. Man weiß ja nie. Dann können wir vielleicht auch schon mal unser erstes bisschen Geld verdienen hier. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie wir das mit den Tischen machen, weil die mögen ja viele Tische. Und es soll ja auch gut aussehen, ne. So, die drei reichen erstmal. Das waren letztes Mal die beiden meistgewollten Sachen. Tische. Kein Plan. Machen wir ähm hier hinter noch weiterführend so zwei Reihen. So erstmal. Hallo. So. Und dann können wir das hier auch so weiterführen. Hossa. Fackeln darf man natürlich auch nicht vergessen. Krieg ich die hier zwischen? So, ja. Bekomme ich. Ach ja, genau. Fackeln hier vielleicht noch. Aber hier krieg ich die bestimmt auch nicht irgendwo dazwischen, oder? Mist, jetzt habe ich die da gebaut, aber ich kann ja nicht, ich wollte die an die Seiten auch noch Fackeln bauen. jetzt bauen wir hier an die Ecken auch noch Fackeln. Passt das. Machen wir dann so. Und dann können wir noch ein paar Bänkchen bauen. hier unsere Side. So. Und dann...